Moin, das ist Nina, die hat gerade eben gekalbt, schlägt das Kalb jetzt ab, vorschriftsmäßig, so wie man es machen soll. Und wir gehen davon aus, dass das Kalb jetzt in einer halben Stunde so was versucht aufzustehen. Das versucht bestimmt gleich aufzustehen und dann wird es bei der Mutter saugen.